Tja, sehr schön. Dann, äh, wo geht's hoch? Da geht's hoch. Hier liegt keiner, okay. Dann nehme ich das, den Rest mitte hier rumliegt. Hier steht auch keiner, okay. Ja, schöne Aussicht. Mhm. Okay, alles klar. Sie mag nicht. Ui. Immerhin. Wow, 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 ha, 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 ha. Das war mal. Nimm mich hier. Gehen wir mal drauf. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es hier noch zu looten gibt. Auf der letzten Bank. Bestimmt ein paar schöne Sachen. Nicht so schöne Sachen. Drohenkontrolle, Sprengraketen. Elex-Tränke. Oh, normale Elex-Tränke. Alles klar. So. Okay. Jetzt schaue ich mal eben. Wir haben jetzt noch elf Punkte und wir haben jetzt gerade hier noch ein bisschen, äh, Saft bekommen. So. Was mich jetzt interessiert, ist, wie es denn hier aussieht. Also, was? Achso, nee. Nahkampf. Brauchen wir 85 Stärke. Das mache ich doch noch. Ah, du shit. Ich kann es trotzdem nicht, weil, äh, nee. Hätte ich es mal nicht gemacht. Ah, du, Angriffsstärke. Alles klar. Angriffsstärke können wir erhöhen. Und hier ist Konstitution gefragt. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Äh. Was haben wir hier noch? Rüstung. Konstitution. Ja, Konstitution sollten wir vielleicht noch machen. Das wäre ganz gut. Ansonsten, die können wir noch machen. Wir haben so viele Lebenspunkte. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Vermutlich nicht, aber... Wobei, wir könnten auch das hier noch machen. Injektor. Das bringt vielleicht noch ein bisschen was, aber wir haben gar nicht so viele. Ähm. Den soll ich... Die beiden... Ah ja, vielleicht dieses Stints... Ach, guck mal. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Anleitung Lebenssaft, äh, und... Stint Stahlhaut, äh, das wäre vielleicht ganz gut. Jetzt so im Nachhinein? Wenn ich mir so überlege, sollten wir das vielleicht mal tun? Tun nichts tun. Okay. Ja, das sieht gut aus. Was? Mehr davon. Was? Okay. Wir haben das jetzt gemacht. Jetzt gucke ich mal hier. Gefährten, neue Erkenntnisse. Ja, hier. Tz, 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 tz. Hm. Kann ja, wie mehr wird das Elixabos finden? Ist das schon eine Verbindung dazu zu haben? Wie viel will sie, dass ich sie an einem besonderen Ort aufsuche? Ja. Ja. Und wo, bitte? Geduld. Und, dann müssen wir jetzt mal hier, wir holen uns mal den Elixator, oder wie der heißt. Aber, vorerst werde ich mir mal kurz, wir gehen mal zurück. Äh, so. Nach Tavar. So, und da werden wir uns mal, keine Ahnung, was der Duke noch so zu labern hat. Wenn wir jetzt mit dem, mit ihr beim Duke auftauchen. Keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht hat er ja noch irgendwas zu sagen. Ey, ich hab da eine Schwester. Verschwinde. Ich hab zu tun. Ja. Ich könnte ihn theoretisch killen, aber dann werden alle auf, wenn alle auf mich losgehen. Aber eigentlich könnte ich das hier übernehmen. Ja, der hätte, glaube ich, keine Schnitte. Nicht. Glaube ich zumindest so. Ich lerne. Angriffsstärke. Das machen wir auf jeden Fall. Da muss ich aufsuchen, den Big Jim. Und danach, den, ja, dann gehen wir in die Richtung. Alles klar. Come on. Bridge. Was? Ich rede schon wieder über irgendeinen Scheiß. So, hier ist er. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Angriffsstärke. Jawohl, ja. So. Und dann gehen wir mal hier zur Ratte. Ey. Bring mir etwas bei. Wie du willst. So, jetzt hätte ich nämlich gerne. Regeneration der Lebensenergie. Wachmacher. Schnelle Reflexe. Was war das denn? Immunverstärker. Irre Widerstandsfähigkeit. Meinungsverstärker. Meinungsverstärker ist doppelter Schaden. Alter Falter. Nicht schlecht. Und das ist Lebenssaft. Wir machen den mal auf jeden Fall, den hier. und den kann ich nicht lernen. Was? Warum? Na toll. Harter Hund kann ich auch nicht lernen. Doppelten Schaden. Meinungsverstärker. Dann lerne ich den zumindest. Das finde ich jetzt aber doof. Gut. Was kann ich denn jetzt lernen? Äh, was kann ich denn jetzt mir mal eben basteln? Hier ist eigentlich auch irgendwo nach oben beim Dock, genau. Oben beim Dock. Ich gehe mal zum Dock. Das ist eine Werkbank. So, an diese Werkbank würde ich mal gerne dran. Obwohl, ich muss mal eben gucken. Oh, was? Konstitution muss da noch hoch? Na, sowas aber auch. Habe ich es mir doch gedacht. Was ist denn, wenn ich hier den normalen Raketenwerfer auseinandernehme? Ähm, was kriege ich denn dafür? 100, 500, hm. Das ist ja jetzt nicht gerade viel. Aber muss ich hier mal gemacht haben. Äh, so. Okay. So, was kann ich jetzt hier alles basteln? Tränke. Äh. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Okay, da fehlt noch was. Angeblich. So. Öh, das kann ich doch schon herstellen. Äh, was? Wieso kann ich das denn schon alles herstellen? Warum habe ich das überhaupt gelernt? Nein, ich hätte vielleicht mal gucken sollen. Ich, der. Was habe ich denn jetzt gelernt? Stahlhaut. Und Meinungsverstärker. Ja gut, die hatte ich noch nicht. Da bin ich ja ganz beruhigt. Gut, rein ist Elex 33. Hier, ähm. Elf Stück, weil Wolfskraut. Meinungsverstärker, brauche ich was anderes. Okay. Elf Stück. Meinungsverstärker. Kann ich drei Stück herstellen. Stahlhaut. Kann ich nur... Da fehlt noch was. Trollkraut. Da kann ich nur einen herstellen. Nein, mich da am Fuß. Dickes Blut war... Oh, das ist jetzt gegen Bluten. Das ist natürlich Bullshit. Oh, eine Stalkers. Ähm. Das würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Wachmacher habe ich genug von. Glaube ich. Aufputschmittel. Ja. Machen wir acht. Lebenssaft. Lebenssaft. Da fehlt noch was. Ähm. Okay. Also, jetzt gucke ich mal, was ich hier habe. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich wohin packen soll. Lebenssaft habe ich jetzt nur ein. Wieso habe ich da jetzt nur ein von? Aufputschmittel. Stahlhaut. Wachmacher. Was habe ich mir denn jetzt wohin gepackt? Meinungsverstärker. Mehr maximale Ausdauer. Ähm. Boah. Ich sage mal so. Ich packe das mal... hier hin. Und dann nehme ich mal... Was hatte ich da? Den Schmelzofen. Und packe den mal hier hin. Denn das Ding habe ich momentan ja gar nicht mehr gebraucht. War das der Schmelzofen? Ja. So, die Armbrust habe ich zur Zeit auch nicht mehr gebraucht. Das heißt, ich nehme auch noch hier den Todesstrahl. Und setze den da hin. Und dann kann ich noch mal ein paar Stims... Lebenssaft... Meinungsverstärker... Stahlhaut... Schwerstinnere Reflexe... Den habe ich doch schon, ne? Jo, Wachmacher. Äh... Sabbelwasser... Meinungsverstärker. So, dann nehme ich den Meinungsverstärker und setze den auf die... Null. Okay. Lebenssaft... Doc. Was hast du anzubieten? Ich habe nur die besten Stims aus dem reinsten Elex. Ja, 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 zeig mal. Lebenssaft. 143. Würdest du mich verarschen? Anleitung harter Hund. Kann ich also kaufen. Muss ich gar nicht lernen. Den hatte ich auch noch nicht. Den harten Hund. Ich weiß es gar nicht. So, was kann ich denn hier kaufen? Ich guck nur mal. Ich guck nur mal eben. Nö, den harten Hund hatten wir nicht. Das heißt, ich kauf den mal eben. Was hast du anzubieten? Ich habe nur die besten Stims aus dem reinsten Elex. Obwohl... Ach, komm. Lass mal sein. So, dann gehe ich mal eben hier rüber. Ich brauche Stacheln dafür, ne? Wobei, ich muss mir jetzt keinen Lebenssaft machen. Scheiß drauf. Ich habe noch 25 Heiltränke. So. Die bringt, glaube ich, auch 100. Oder? Ich guck mal eben. 160. Okay, alles klar. Gut. Lassen wir es dabei. Wir speichern. So, dann würde ich sagen... Wir machen uns jetzt auf den Weg. Und versuchen... Den Typen hier irgendwo hinzutreiben. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Oha. Ja. Da gehe ich am besten. Wir können natürlich bei A besser gucken. Wo sind denn die anderen? Ah, die kommen von da oben. Okay. Ja, ne. Dann ist gut. Dann gehen wir als erstes mal den hier. Und ich weiß nicht, ob von da kürzer ist als von da. Das ist eigentlich egal, ne? Glaube ich. Gehen wir nach A besser. Beeindruckendes Teil. Wenn es nicht im Boden verschraubt wäre, würde ich Anweisungen geben, es nach Tava zu bringen. Du willst die Kuppel stehlen? Nein. Deine Mutter. Natürlich rede ich von der Kuppel, du Idiot. Alter Falter. Irgendwie wäre das bestimmt machbar. Wenn du meinst. Die ist drauf. Wir könnten doch einfach in Tava einziehen, ne? Da ist noch alles quasi ein bisschen die Brenne gespürt. Alles im Arsch hier. Das ist aber einen fetten Arsch, wenn du alles im Arsch hast, du. Ach, komm. So was hat das? Alter. Die Knarre, ne? Die ist schon krass, muss ich mir mal sagen. Das hier dratzfatz ist alles breit. So, da sind wir an der Vitra. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Es dürfte ja eigentlich gar nicht mehr so weit sein. Wenn wir hier flitzen, müsste es ja ganz schnell gehen. Ich muss nur gucken, ob ich ein bisschen Treukraut noch sammle nebenbei. Gucken, was passiert, wenn ich da unten auf das Ding ballere. Und klappt das direkt zusammen. Wie ein nasser Sack. Äh, es ist krass. Der Todesstrahl. Da drüben waren auch noch so ein paar Gestörte. Die könnt ihr ja nicht noch platt machen, ne? Verschissene Idylle. Äh. Alter. Vor allem die... Die kommen nicht mehr mehr zum Brüllen, die Viecher. Achso, wir holen jetzt erstmal den Typen da oben. Dann müssen wir eh da rüberlaufen. So. Was war das denn für ein Vieh? Ein Yeti oder was? Schneeklaue, alles klar. Da ist noch einer. So. Da oben steht er. Ich speichere mal hier. Kann ich mit ihm reden oder einfach direkt schießen? Dann sind die Gerüchte also wahr. Commander Jax. Die Bestie von Xakor. Du lebst also noch. Karipox nehme ich an. Als ich noch Commander war, warst du nichts weiter als ein Laufbursche. Ja. Seit deiner Exekution hat sich einiges verändert. Mein vermeintliches Ableben hat dir offensichtlich geholfen, deinen Stand im Eispalast zu verbessern. Es gab viele unter uns, die deine fragwürdigen Entscheidungen missbilligten. Sogar einige hochdekorierte Alps sahen das so. Deine Zeit war einfach abgelaufen, Commander. Und der Weg wurde frei für jemanden wie dich. Ein neuer Anwärter auf meinem Platz. Ich verstehe bis heute nicht, warum du es abgelehnt hast, in den Stand eines Elexitors erhoben zu werden. Ich hatte meine Gründe. So. Dann sieh dir an, wohin dich deine Sturheit gebracht hat. Ausgestoßen und verwahrlost wandelst du in den Ländern der freien Menschen. Deine Anzug haben wir ja schon. Ohne deine Hand zu legendären Elex-Kräfte. Ohne Autorität. Ohne Macht. Mag sein. Doch sind mir meine Erfahrung und mein Wille geblieben. Was wohl Kallax dazu sagen wird, wenn ich ihm berichte, dass ich seinen Versagen bei deiner Exekution wieder korrigiert habe? Dazu wird es nicht kommen. Was tot ist, soll auch tot bleiben. Wow. Wow. Das war ja lustig. Wofür dazu? 100... Mehr hat der nicht? Warte mal. Wer steht denn da? Dich hole ich mir! Ähm. Okay. Da muss er aber auch treffen. Muss treffen, aber ansonsten alles gut. Ein gepatzter. Keine Ahnung, wer das war. Aber hier scheint auch alles okay zu sein. Guck mich mal hier um. Haben die irgendwas dabei gehabt? Weil wieso hat der eigentlich... Wieso hat der so eine Rüstung an wie ich? Ist doch kein Vollstrecker gewesen, oder? Hm. Naja. Nehmen wir hier alles mit. Schlafsack. Tagebuch eines Bergsteigers. Interessant. Möchtest du dich auch mit hinlegen, schätze können? Kleines Schäferstündchen hier. Nein? Oder nicht? Wartet lieber an meinem Kopfhände. Okay. Äh. Was habe ich denn da für ein Buch bekommen? Ist das interessant? Oder kann man das... Kann man das wegschmeißen? Äh. Was? Was? So. Das gefällt mir. Oben auf den Bergen hat man seine Ruhe vor diesem ganzen Mist. Ruhe vor den Berserkern, den Outlaws und sogar vor den Alps. Die Einsamkeit zieht mich immer weiter hinauf. Bald schon werde ich es schaffen. Nachdem ich an den Klippen von Tava geübt habe, fühle ich mich bereit. Ich werde die Eisberge überwinden und von hier verschwinden. Ich habe viele Geschichten über das Land von Xharko gehört. Von Städten, von Seen und von Eil und vor allem von Frieden. Ich werde dieses gelobte Land erreichen, koste es, was es wolle. Ich habe jetzt das Grollen gehört. Oberhalb der Berge. Ich denke, dort lebt irgendwo ein Troll. Ich sollte vorsichtig sein und versuchen, sein Nest nicht zu kreuzen. Das schaffe ich schon. Morgen breche ich auf. Ich habe den Code herausgefunden. 4259 Ich lasse dort meinen ganzen Kram, den ich nicht brauche. Jetzt nur nicht das Buch vergessen. Okay. 42,95 Wo? Wo bitte? Ähm, 42,95 Hallo? Hier ist so viel Schnee. Ich sehe nichts. Ähm So, hier. Oder? Nee, auch nicht. Warum nicht? Was? Da hängt noch etwas dran. Ach, das ist ja vier Häuser-Dings. Ja, wo ist denn dieser scheiß Safe? Hä? Ach, guck mal. Das ist dieses Geb... Das ist das Gebäude. Ja, das ist das Gebäude. Was ihr auf diesen Bildern gesehen. Aha. Warte mal. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Ähm, 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 ähm. Wo haben wir das denn? Vier Häuser. Das Alter des Schwarzen und des Grünen Hauses sind gleich... Ach, Mann. Nein, wo haben wir das denn? Nee. Nein! Freunde. Hier. Da hing noch was dran. Äh, was? Was? Wo ist das denn jetzt? Äh, oh Gott. Was weiß denn ich? Das ist irgendwo Abbaustation. Ja, aber welche? Wie, was? Ach, komm, ey. Hör auf. Auf jeden Fall, was wir jetzt heraus... Ja, das weiß ich auch jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Das hier. Das haben wir jetzt gerade gefunden. So. Brück... Oh Gott, ey. Ich hab keinen Schimmer. Egal. Wo ist denn jetzt dieser Safe? Kannst du mir das sagen? Bin ich blind? Warte mal, ey. Was war das denn? Nein, jetzt hab ich auch noch... Ding aufgenommen hier. Hallo? No. Safe. Wo könnte hier ein Safe sein? Hey. Oh, oh, was? Ja. Ja, auch nicht schlecht. Hier liegt einfach mal so ein Granatwerfer. Wo soll denn jetzt der verkackte Safe sein? Wo war der Brief eines Bergsteines? So, finde ich den jetzt nochmal hier. Finde ich vermutlich nicht mehr. Doch, hier. Tagebuch eines Bergsteigers. Ich hab den Code herausgefunden. Ja. Boah, keine Ahnung. Hier steht leider nicht wo. Schade. Ja, gut. Pech gehabt. Dann halt nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich jetzt übersehe. Hier gibt's doch nix weiter in der Nähe, oder? Da. Da eventuell. Warte mal. Hier geht's noch hoch. Was ist das hier? Ja, hier geht's noch hoch. Wir schauen nochmal, was wir hier noch finden. Äh. Okay. Bis hierhin hat das geschafft. Oder was? Ich guck mal, wie ich jetzt mit der Knarre hier klarkomme. Boah, Alter, wie krass ist die Knarre denn? Das ist der Troll, von dem er gesprochen hat. Aber das heißt jetzt immer auf jeden Fall richtig. Hier liegt der Typ. Der Bergsteiger. Okay. Ist ja weit gekommen, der Junge. So, hier finde ich nur irgendwelche Typen. Äh. Ah, die Schatztruhe. Ist es die Schatztruhe? Ich hoffe es. Ne, die ist es anscheinend nicht, weil sonst könnte man die nicht einfach so öffnen. Schade. Aber egal. Wir nehmen einfach alles mit hier. Aber was habe ich da gerade für eine Anleitung gefunden? Ich habe gar nicht so verachtet. Warte, 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 warte. Was war hier noch? Nichts mehr. Okay. Gut. Ups, ups, ups. Haben wir alles. Speichern wir. Das heißt, ich muss jetzt wohin? Inversion. Okay, machen wir das hier noch. Und dann gucken wir mal.